Wir haben jetzt ganz gut gefeiert und ab morgen gibt es Reste die ganze Woche. Danke. Mahlzeit. Und jetzt gibt es Brot und Salz von der Dande Marianne. Gedungt haben Sie schon. Und was bedeutet das, Dagmar? Brot und Salz darf im Haushalt nie ausgeben. Ah. Und das ist der letzte Rest, wo noch übrig geblieben ist. Die Resteesser. Amen. Die Resteesser. Die Resteesser. Wir sind die Resteesser. Wir kommen nur raus. Ich bin der Hubert. Ich habe das alles verbrochen. Wünsche euch viel Spaß und ein Gefällt mir drücken, dass er immer weiter auf unserer Seite bleibt. Bis dann. Ciao.